Das Spukschloss. Das machen wir auf jeden Fall. Also entweder verwandelt sich Peach jetzt hier in den Ghostbuster. Oder wird selbst zu einem Geist. Sie stirbt einfach, pustet sie weg. Mit einer Schrotflinte. Was? Im Schloss ist doch sonst immer jemand. Was geht so vor sich? Geist, da bist du mit deinem Fechtkunst nicht viel. Wer ist in meinem Schloss ein... Wer in mein Schloss eindringt, wird zu... Fächterin! Bitte hilf uns! Ihre dunkle Macht hat uns hier eingesperrt. Wo ist diese scheiß Eule hin? Es ist die ekele Fechterin! Money! Money die Bank! sacrificed. Wo ist die dunkle? Was ist die dunkle? Was ist das etcetera? Hey, wasst die hole in die dunkle? Ja, warst du nicht. Wasst da. Oh, warst du das aufgefahren? Wasst das bei mir lest? Oh, warst du nicht? Warst du nicht irgendwann? Warst du nicht. ever dreist. Obst du das bist. Hnesst du mich, warst du der Ball ARE Bindel. Wiest du dich? Ob nicht habe ich hier... Ah, okay. Auf nach oben. Also. Oh, schade. Ich dachte... Wir fürchten uns so, edle Fechterin. Bitte hilf uns. Oh, schade. Oh, schade. du kannst es wagen jungs hohen ruhe ich hätte nicht gedacht dass wir die fechterin noch mal sehen wäre aber eine verschwendung gewesen wenn nicht du dir werde ich nur ihren beibringen ja 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 Ah, da hab ich was vergessen. Na kommt her, ihr Lümmeltüten aufs... Euch schnupf ich weg. Ah, ziehen, okay. Schluss damit. Lass die Jungs in Ruhe. Cheven ist hier. Oh, Fechterin, dir geht es gut. Es wäre leichter, wenn du nicht so zappelst. Hat davor noch gesagt, ich soll da jetzt rum. Bringt mir halt nichts. Ah, warte mal, ich hab ne Idee. Ah, Alter, ich hab Stella Blade gezockt, Lappen. So, Alva, wirst du mich nicht besiegen. Habe ich den Mund zu voll genommen. Ah, 3D in 2D, in fester 2D-Optik ist sehr schlecht einzuschätzen. Komm, du Kleidergeist. Komm, du Kleidergeist. Komm schnell zu mir. Lalalalalala. Fascher Knopf. Kann ich dem überhaupt so ausweichen? Ah, hier von der Seite. Du hast es geschlafft. Äh, du hast es geschafft. Das war unglaublich Fechterin. Oh, fast perfekt. Der ist. Er sagt, hast du den Piech jetzt gerade auf den Arsch gegeiert? Obwohl, in dem Outfit hat sich schon echt ein breites Gesäß. Ziemlich juicy, die Kleine hier, als Fechterin. Schämt euch. Okay. Mama Juna hat uns zurechtgewiesen. Hat uns jetzt seit zwei so aufgerissen. So. So. Danke. Den Fechtfunkli haben wir zwar nicht gefunden, aber im Theaterstück ist jetzt wieder alles normal. Lass mich raten, wir können uns jetzt in eine Fechterin verwandeln. Die Funkeli-Seele des Fecht-Funkelis. Oh wei. Ich habe gehört, dass Funkeli-Seeen nur Darstellern anvertraut werden, die Hauptrollen spielen. Ist ja toll, es bedeutet, du bist im Besitz der Fechter-Seele. Dass du im Besitz der Fechter-Seele bist. Kann mich jemand hören? Der spricht aus meiner Brust. Das kommt doch aus dem Keller. Sehen wir sofort nach. Boah. Ich dachte, der kommt jetzt aus dem Amulett oder so raus. Oder aus der Brosche. Es müsste eine Brosche sein. Ein bisschen kenne ich mich in der Schmuckwelt aus. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hast du dich an, wie ich morgens mehr im Kacken? Das kommt von Dark. Lass uns nachsehen. Oh wei.